Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Nora. Schön, dass du wieder dabei bist. Legen wir gleich los. Marschieren auf rechts. Die Arme mitschwingen. Knie schön weit nach oben. Und zieh. Noch ein bisschen höher. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Arme von vorne ziehen. Super. Komm ein bisschen tiefer. Die Knie leicht gebeugt. Arme nach oben. Und auf, ab. Sehr gut. Vier. Drei. Zwei. Und ein bisschen tiefer. Sehr gut. Knie beugen. Nur noch vier. Und die Arme nach oben. Sehr schön. Super. Vier. Drei. Zwei. Und Schulterblätter zurückkreisen. Und in Wechsel. Links. Rechts. Links. Rechts. Schon mal die erste Koordinationsübung. Und Wechsel. Auf. Sehr gut. Und beide. Perfekt. Und zurück. Und Arme lang. Beide. Vier. Schön in Wechseln. Noch macht ihr alle Spaß. Zurück. In Wechseln. Sehr gut. Eine Runde noch. Arme in Wechseln. Sehr schön. Step touch. Und Knie beugen. Komm tief. Arme von vorne ziehen. Schön die Kniegelenke aufwärmen. Vier. Drei. Zwei. Und Fersen nach hinten hoch. Lecker. Die Arme mitnehmen. Wunderbar. Step touch. Komm tief. Fersen hoch. Komm tief. Sehr schön. Fersen hoch. Achtung. Wir machen gleich viermal eine Seite. Und vier. Vier. Drei. Zwei. Und Wechsel. Das geht schön auf den Po und hinteren Oberschenkel. Und währenddessen wemeln wir uns auch noch auf. Was will man mehr? Und wechseln. Super. Step touch. Komm tief. Nehmen die Arme immer schön mit dazu. Zu. Super. Viermal. Lecker. Seit. Vier. Drei. Zwei. Und Wechseln. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Komm tief. Super. Lecker. Single. Viermal. Vier. Drei. Zwei. Und Wechseln. Vier. Drei. Zwei. Sehr schön. Und nach oben aufrichten. Arme nach oben. Wunderbar. Machen wir mal unsere schöne Choreo. Doppelstep zur Seite. Wir gehen zur Seite. Zweimal und zurück. Super. Je mehr Platz du hast, desto besser. Natürlich. Versuchen wir mal ordentlich Kalorien zu verbrennen. Geh ruhig ein bisschen tiefer. Dann geht es schön auf die Oberschenkel. Und Po-Muskulatur. Und das wollen wir natürlich alle. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Geh ruhig ein bisschen tiefer. Ja. Nicht so sparsam. Single. Arme nach oben. Sehr schön. Man merkt schon gleich nur, wenn man ein bisschen tiefer geht, wie viel anstrengend das wird. Nutzt die paar Minuten, die du mit mir zum Trainieren hast. Vier. Drei. Zwei. Zwei zur Seite. Komm tief. Die Knie beugen. Yes. Schön. Halt nach unten. Super. Noch. Vier. Drei. Zwei. Wunderbar. Und Singles. Sehr schön. Achtung. Wir gehen gleich zur Seite. Side to side. Doppelstep. Und dann machen wir side to side am Platz. Tief. Hoch. Die Arme schwingen schön mit. Und anspannen die Arme. Jetzt nicht nur hier so. Schön angespannte Arme. Und wenn es geht, tief hoch. Komm, berühr den Boden. Weit nach unten. Sehr schön. Oh, ich spüre das schon ein bisschen in den Beinen. Wenn man das die ganze Zeit macht, wird es noch schöner. Super. Und jetzt komm. Eine Runde Boden berühren. Vier. Drei. Zwei. Und Step Touch. Wunderbar. Sehr gut. Das kombinieren wir jetzt gleich. Doppelstep zur Seite. Und side to side. Let's go. Zur Seite. Und tief. Hoch. Komm weit nach unten. Sehr schön. Mit links. Und side. Tief. Hoch. Wunderbar. Genießt die Bewegung. Zur Seite. Und tief. Hoch. Nach unten. Komm. Bisschen tiefer noch. Wunderbar. Zur Seite. Und tief. Gut. Sehr schön. Wir bleiben hier am Platz. Fersen hoch. Riechen wechseln. Das haben wir schon gemacht. Und jetzt machen wir eine tolle Kombi da raus. Sonst ist es ein bisschen langweilig. Aber wir gehen mit dieser Bewegung in eine U-formige Bewegung. Vor dir. Einmal zuschauen. Mach am Platz. Ruhig weiterhin mit. Und wechseln. Schön nach oben. Bleib am Platz. Einmal noch zuschauen. Mach die Bewegung weiter. Nicht stehen bleiben. Super. Und am Platz. Komm mit mir. Let's go. Und du musst nichts verändern. Die Beine wechseln immer wieder. Geh jetzt nur einmal über das Eck. Wunderbar. Bleib hier am Platz. Einmal noch. Und hopp. Hoch. Perfekt. Und. Sehr schön. Sieht gut aus. Und nochmal. Hopp. Zieh. Super. Letztes Mal. Damit das für alle klar ist. Super. Weit nach oben. Perfekt. Wir gehen zur Seite. Zweimal. Tief. Arme. Sehr schön. Die Fersen hoch. Und diesmal gehen wir hier lang. Perfekt. Es wechselt natürlich. Hier nach Seite. Am Platz. Zwei zur Seite. Und tief. Und beugen. Wunderbar. Weit nach unten. Fersen hoch. Und hopp. Hoch. Wunderbar. Ich hoffe, das hat alles gepasst. Wir machen es nochmal. Keine Sorge. Und. Side. Tief, 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 tief. Und Fersen hoch. Zu mir. Super. Wechsel. Am Platz. Side. Tief. Sehr schön. Fersen hoch. Sieht gut aus. Das Ganze etwas kürzer. Zur Seite. Und. Tief. Wunderbar. Jetzt die Fersen. Komm mal. Super. Andere Seite. Und am Platz. Hier weitermachen. Vier. Drei. Zwei. Und. Zwei Seite. Nur noch drei Taps. Weit nach unten. Wunderbar. Und. Fersen hoch. Sehr schön. Sieht gut aus. Am Platz. Und. Bleib hier. Vier. Drei. Zwei. Eine Runde noch. Und tief. Weit nach unten. Yes. Fersen hoch. Super. Zurück. Am Platz. Bleib hier. Vier. Drei. Zwei. Zur Seite. Und. Tief hoch. Yes. Und. Fersen. Super. Langsam kommst du hoffentlich ins Schwitzen. Ich auf jeden Fall. und am Platz. Weiter geht's. Und öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Auch hier. Ruhig tiefer gehen. Super. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Wunderbar. Noch. Zwei. Genau. Weit nach unten. Dann geht's schön auf den Po. Super. Zur Seite. Doppelstep. Und. Tief. Hoch. Wunderbar. Fersen. Hast ja schon die Choro gemerkt, oder? Am Platz. Und öffnen. Tief. Komm mal. Noch weiter nach unten. Beuch die Knie. Yes. Super. Wunderbar. Zur Seite. Und. Tief. Hoch. Fersen. Versuch möglichst große Bewegungen zu machen, dass du ordentlich ins Schwitzen kommst. Und. Öffnen. Hoch. Komm mal. Super. Auf. Auf. Sehr schön. Zur Seite. Und. Alles wieder ein bisschen kürzer. den letzten Part. Wunderbar. Andere Seite. Am Platz. Und öffnen. Nur noch zweimal. Tief. Tief. Hoch. Ja. So. Tief. 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 Und Fersen hoch. Sehr gut. Und nur noch zweimal tief. 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 Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Und Step Touch. Huh. Sehr gut. Kommst du gut mit? Jetzt noch einmal schön Gas geben. Und jetzt kommt eine Kleinigkeit, dass es noch ein bisschen tänzerischer aussieht. Das haben wir jetzt nur noch in die Pistex gemacht. Und jetzt kommen noch schön die Arme dazu. Und bei dem V, was wir öffnen, drehen wir uns einmal rum. Du kannst das so mitmachen, wie gerade eben. Einmal zuschauen und bei der nächsten Runde mitmachen, ja? Vier. Drei. Zwei. Let's go. Und Zeit. Tief. Hoch. Und Fersen. Hopp. Zieh. Sehr schön. Und V öffnen. Tief. Tief. Schließen. Einmal hinten. Zeit. Du kannst wirklich eine Runde einmal zuschauen oder zwei Runden, was du gerade brauchst. Weil wenn man sich umdreht, kann man leicht verloren gehen. Also einmal vorne, halbe Drehung, hinten schließen. Einmal hinten öffnen, vorne schließen. Step Touch. Bist du da? Sehr schön. Arme nach oben. Put your hands up. Arme nach vorne. Kurz Denkpause. Und Arme nach oben. Wunderbar. Und zur Seite. Let's go. Tief. Hoch. Komm. Gib alles. Und Fersen. Andere Seite. Sehr schön. Und öffnen. Tief. Tief. Hinten. Super. Seit. Tief. Hoch. Yes. Schön weit nach oben. Und wechseln. Und tief. Nach unten. Hinten schließen. Super. Zur Seite. Tief. Wunderbar. Und Fersen. Und. Sehr gut. Statt schließen. Statt schließen machen wir zwei Hüpfer. Und tief. Tief. Hopp. Hopp. Tief. Tief. Hopp. Hopp. Seit. Klatsch ruhig mit. Macht mehr Laune. Und seit. Es sei denn, es ist 12 Uhr nass und deine Nachbarn würden sich gestört fühlen. Sonst los geht's. Und tief. Tief. Hopp. Hopp. Yes. Seit. Tief. Sehr schön. Und. Und. Und öffnen. Auf. Auf. Hopp. Hopp. Zur Seite. Wunderbar. Sehr schön. Und öffnen mit Hüpfer. Auf. Auf. Hopp. Hopp. Super. Step touch. Sehr schön. Die Koro hat so gut geschaut und ich habe noch ganz klein. Ein Special für dich, wo die Beine schön brennen werden. Und. Zeit. Schließen. Zeit. Schließen. Das Tiefgehen haben wir schon gemacht. Wunderbar. Drei kleine unten halten. Drei. Zwei. Einer. Wechseln. Drei. Zwei. Einer. Wechseln. Füße und Knie schön nach außen. Dann geht's hier innen und außen ein bisschen mehr rein. Und das wollen wir alle. Und wechseln. Geh so tief wie möglich. Yes. Und wechseln. Puh. Acht Wiederholungen mit Hüpfen. Und drei. Zwei. Einer. Hopp. Und. Drei. Zwei. Einer. Hopp. Noch sechs. Fünf. Ist gleich vorbei. Vier. Drei. Komm mal, das schaffst du noch. Noch. Zwei. Und wechseln. Super. Und am Platz bleiben. Marschieren. Puh. Schon locker. Ich hoffe, du bist ins Schwitzen gekommen. Einatmen. Und ausatmen. Wenn nicht, kannst du das Video nochmal machen. Oder ein anderes. Einatmen. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, natürlich auch. Fersen nach vorne tippen. Den Puls wieder leicht runterbringen. Sehr gut. Und einatmen. Und aus. Taps nach vorne. Sehr schön. Gut. Und am Platz marschieren. Alles locker. Super. Schön, dass du mitgemacht hast. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.